Wiesburg-Hauptbahnhof, Gleis 3 fährt in Kürze aus der TH. Der fährt in zwei Minuten ab. Der Fahrrad ist 484. Er macht das schon mit dem Motor heiss. Sehr schön, der Motor wird vorgeheizt. Und kommt die HA 424. Sag mal, ist das bei dir? Bei mir ist das viel heller als bei dir. Das war ein Fehler von uns. Ich muss noch mal gucken. Meine Damen und Herren, an Gleis 3. Wir gehen jetzt ab. Mittelschein 3. Vorsicht an den Kürze. Und bei der Abfahrt des Zuges. Vielen Dank. Da auf den Abpfiff gehört. Das Tal ist 94. 84 in Paris. Das wird auf Köln, Aachen. Liga Gullimä. Bruxels Medi. Bruxels Süd. Paris Nord. Die Abfahrt. 18.02. Vorsicht bei der Abfahrt. Wo fährt man aus der E-11 nach Westfalen? Ja, ich glaube noch bei der E-11 nach Westfalen dabei noch. Ich kann sogar... Kann es auch... Hier geht es in Kirchenherne. Dort wohnt der Abfahrt des Nachts. Das kann uns viel mal zum tun. Bei dir und bei mir. Von der anderen Bildeinstellung. Du müsstest ein bisschen heller. Sehr schön THA 424. Jetzt musst du jetzt regulär abfahrten. Licht ausgemacht im Führerstand. Jetzt geht es auch los. Abfahrt THA 94. Das waren so Wagen, wo wir gerade schon einmal drinnen waren. Ich würde dich mit den Film halt nur so lassen. Das ist besser. Und dort fährt Nummer 3 in der E-3 nach Thammen, Westfalen. Überall Oberhausen, Essen, Alten, Essen, Geländen, Kirchen, Dortmund. Die Abfahrt. 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 Und dann auch Feichern.